Ja, für mich war es übrigens das erste Stadionerlebnis nach, Sebastian halte ich fest, 553 Tagen ohne Neckarstadion. Also Fußballspiel im Neckarstadion. Ich war das letzte Mal am 8. Februar gegen Aue im Stadion. Ich war schockiert. Also ich wusste natürlich, gegen Bielefeld war ich nicht. Ich dachte aber, zwischen Aue und Bielefeld war nochmal irgendwas. War auch. Und zwar... Da war Regensburg. Genau, aber da war ich nicht im Stadion. Da wusste ich noch nicht, dass es besser gewesen wäre. Ich wäre hingegangen. Das haben sie auch verloren, oder? Oder jedenfalls nicht gewonnen. Knapp gewonnen, soweit ich weiß. Ah, okay. Oder 2-0. Das müssen wir jetzt noch schnell herausfinden. Weil ich war weder gegen Aue, da war ich verreist, noch gegen Regensburg, da war ich auch verreist im Stadion, aber halt gegen Bielefeld. Ja, gegen Bielefeld, da war es ja bei mir so, dass ich lange überlegt habe, soll ich hingehen, soll ich nicht hingehen. Und der Herr Drosten hat in einer der vorangegangenen Coronavirus-Update-Folgen gesagt, dass er es keinem empfehlen würde, in vollbesetzte Fußballstadien zu gehen. Da dachte ich so, wenn der Drosten das sagt, dann hältst du dich auch dran. Im Nachhinein muss man sagen, hätte man wahrscheinlich ins Stadion gehen können. Aber damals herrschte so eine gewisse Panik bei manchen Menschen und ja, ich bin auf Nummer sicher gegangen. Ist egal, ich habe herausgefunden, Stuttgart gegen Regensburg tatsächlich 2-0 für den VfB. Aber es war ein ekelhaftes Spiel, das weiß ich noch. Regensburg ging sogar in Führung, das Tor wurde aberkannt, also das war kein cooles Fußballerlebnis, möchte ich mal so sagen. Aue dagegen war etwas interessanter, der VfB gewann 3-0 und man konnte zum ersten Mal so ein bisschen den Matarazzo-Fußball erahnen. Das sah damals schon ziemlich cool aus, muss man sagen. Zweimal die Davi, einmal Gommes. Ja, das war mein letztes Stadionerlebnis beim VfB. Und zwischen dem angesprochenen Spiel gegen Regensburg und dem Spiel gegen Bielefeld hat der VfB auch nochmal auswärts gespielt. Bochum. Weißt du gegen wen? Bochum. Nee, Fürth. Ach, dann war Bochum das Spiel nach Regensburg. Zwischen Regensburg und Bielefeld war dann Bochum. Nee, Fürth. Dann war es, dann war, Bochum war auf jeden Fall auch nochmal, dann nach Aue, dann war es nach Aue, Bochum war nach Aue. Jetzt pass auf, das kann ich dir auch sagen. Also es war Aue, Bochum, Regensburg, Fürth und dann Bielefeld. Genau, so war das. Und am 24. Spieltag hat der VfB in Fürth gespielt und ist dort 2-0, wenn 2-0 nach Hause geschickt worden wird. Ja, das war ein richtiges Scheißspiel. Das hättest du eigentlich in der ersten Halbzeit für dich entscheiden müssen. Und dann, ja, lief so irgendwie alles gegen dich. War auch ein ziemlich übles Gemetzel, möchte ich fast schon sagen, auf dem Platz. Das war nicht besonders schön anzuschauen. Ja, jetzt waren wir wieder im Stadion. Und ich war erstmal davon überrascht, wie ruhig es doch so vor dem Stadion herging. Also man ist es natürlich komplett anders gewohnt. Wenn das Stadion komplett voll ist, dann ist natürlich schon auf der Mercedesstraße eine Stunde, anderthalb Stunden vor Spielbeginn richtig Action angesagt. Diesmal wirkte das fast so, als ob ich am falschen Tag, praktisch zur falschen Zeit am falschen Ort bin, weil es war wirklich nicht viel los. Und ich fand das erstmal so ein bisschen befremdlich und hatte dann auch so ein Stück weit die Sorge, dass ich im Stadion überhaupt nicht dieses Gefühl bekomme, auf das ich mich eigentlich im Vorfeld gefreut habe. Nämlich einfach diese Mannschaft wiederzusehen, im Stadion dabei zu sein, den Rasen zu riechen und so. Alles, was halt dazugehört. Auch die verkohlte Wurst zu riechen, irgendwelche Leute zu sehen, die man schon lange Zeit nicht mehr gesehen hat. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass es alles nicht so wird, wie ich mir das vorstelle. Aber ich muss sagen, es war dann schon ziemlich cool. Als ich dann ins Stadion reinkam, die Treppen hochgegangen bin, natürlich war ich bei der MV und so, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Moment, wenn du dann ins Stadion läufst. Und es ist so ein Stück weit ein Downer, wenn du halt siehst, dass schon relativ viel Platz ist im Stadion. Also du siehst, da sind natürlich jetzt ein paar Fans, aber du weißt dann auch, viel mehr werden es nicht. Das war es dann irgendwie. Aber ich habe dann wirklich das bisschen, was ich bekommen habe an Fans vor Ort, auch an Interaktionen mit Leuten, die man kennt und so. Ich habe einfach versucht, das aufzusaugen. Und das tat mir schon brutal gut. Also einfach im Stadion zu sein, die Mannschaft unterstützen zu können, das war einfach großartig, muss ich sagen. Und da kam ich auch voll auf meine Kosten. Und ich sage auch, diese 55 Euro, die meine Karten gekostet haben, das war es mir komplett wert. Also das war einfach ein toller Nachmittag. Natürlich hing das auch mit dem Ergebnis zusammen, keine Frage, aber wirklich ab der ersten Minute fand ich es cool. Selbst Holger Lhasa da rumbrüllen zu hören und so, das vermisst man ja ein Stück weit. Also das gehört halt einfach dazu. Also ich muss schon sagen, ich war sehr glücklich, als ich dann im Stadion war. Und ich habe natürlich im Vorfeld auch noch die neue Stadionrote probiert, Sebastian. Ah, die ausgetüftelte. Ja, da gibt es ja so ein paar Leute, die warten schon händeringend auf mein Fazit. Und ich muss sagen, also sie schmeckt besser als die alte, das kann ich schon mal festhalten. Und das Brötchen ist besser als bei der MV, das kann ich auch schon mal festhalten. Das ist aus irgendwelchen Hopfendings, oder? Ja, genau, das habe ich rausgeschmeckt. Also aus was genau das Brötchen jetzt hergestellt wurde, das wage ich hier nicht einzuordnen. Aber die Rote schmeckt ein bisschen pikanter. Also sie haben ja, glaube ich, irgendwie Chili mit reingemacht, damit sie noch dunkelroter ist, als sie schon davor war. Das tut der Wurst definitiv gut. Das Problem ist natürlich, dass man auch einen geschickten Grillmeister braucht. Also du kannst die beste Wurst der Welt erfinden. Wenn sie nicht richtig gegrillt wird, schmeckt sie halt dann doch nicht so gut. Und das Problem hatte nicht nur ich, sondern auch ein paar Leute, mit denen ich mich im Nachhinein darüber unterhalten habe, wie sie mit der Wurst zufrieden waren. Sprich, es gibt da noch, ich sage mal in Sachen Grillkünste, Entwicklungspotenzial. Also da ist noch nicht alles ausgeschöpft. Trotzdem war die Wurst gut, muss man sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine schlechte Wurst war, aber sie hätte noch besser sein können. Ich kann es jedem empfehlen, probiert einfach mal die Wurst. Die Preise sind natürlich krank, keine Frage. Aber das haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Wer ins Stadion geht für zwei Stunden, möchte da was essen und was trinken, muss er damit rechnen, dass er da ordentlich Kohle ausgeben muss. So ist es halt. Ansonsten gab es nur alkoholfreies Bier, was auch noch irgendwie ein bisschen komisch war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch das verbinde ich halt mit Stadionbesuch. Dass du dann Bier trinkst und bei mir ist es ja so, ich trinke ein Bier und dann flattern schon die Flügel. Und das fehlte mir so ein Stück weit, weil dieses alkoholfreie Bier, das bewirkt natürlich nichts. Und ich trinke es dann trotzdem und warte die ganze Zeit darauf, dass ich jetzt dann fast schon leicht beschwingt die Treppenhochtänzel. Funktionierte aber nicht. Ich stiefelte dann mit meiner angekauten dunkelroten Wurst und mit meinem Wasser mit Biergeschmack Richtung Platz. Und ich weiß nicht, ob du meine Videos gesehen hast, die ich auf Instagram und auf Twitter veröffentlicht habe. Ich saß praktisch direkt hinter der Trainerbank der Führter. Also neben dem Tunnel, neben dem Spielertunnel, hinter der Trainerbank der Führter. Und mein Plan war es natürlich so ein Stück weit, die Kommunikation zwischen Trainer und Mannschaft mitzubekommen. Mir war es eigentlich egal, ob ich jetzt den Leitl höre oder den Materazzo. Ich finde das immer interessant, wenn du das so ein bisschen am Rande mitverfolgen kannst. Auch das ganze Drumherum. Was macht der Staff? Was machen die Ersatzspieler? Was passiert abseits des Platzes? Kannst du da natürlich immer ganz gut aufnehmen. Ich muss aber sagen, die Kommunikation zwischen Trainer und Mannschaft, egal jetzt welche, habe ich nicht so aufschnappen können, wie ich mir das erhofft hatte. Also du hörst einfach die Trainer nicht. Dafür ist es auch mit 18.000 Leuten schon zu laut im Stadion. Fand ich ein bisschen schade. Was man gesehen hat, ist halt, dass Materazzo brutal involviert ist in alle Szenen. Also der ist so, eigentlich ist das wie ein Spieler an der Außenlinie. Also der ist wirklich so involviert und die ganze Zeit so in den Situationen drin, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Also natürlich habe ich das schon bei anderen Trainern gesehen. Ich saß auf diesem Platz schon, als Tim Walter Trainer war, als Markus Weinzier Trainer war. Die sind natürlich alle voll involviert, ist gar keine Frage. Aber Materazzo, da hast du das Gefühl, der gibt der Mannschaft immer dann auch noch die richtigen Tipps. Also ich habe dann beobachtet, mit wem unterhält er sich, zum Beispiel kurz vor Standard-Situationen. Und dann weißt er halt irgendwas an. Du siehst, der Spieler versteht es, macht das auch und kommt dann zum Beispiel an den Ball. Und du fragst dich, wie konnte er das im Vorfeld wissen. Also das war schon ein bisschen beeindruckend. Bei Stefan Leitl fiel mir relativ schnell in der zweiten Halbzeit auf, dass er irgendwie keine Antworten mehr hatte. Also der hat das Coachen, ich möchte ihn sagen, eingestellt. Aber das sah dann so aus, wie ich es coachen würde. Also so ein paar aufmunternde Worte ab und zu. Also beziehungsweise gab es halt so diesen Applaus, den du immer zeigst. Und dann dieses Brust zeigen, Brust zeigen und sich nicht unterkriegen lassen. Das sind dann so Statements, die würde ich mir jetzt als Spieler weniger wünschen. Sondern da wäre es vielleicht besser gewesen, man hätte irgendwie noch andere Pläne zurechtgelegt und hätte der Mannschaft irgendwas mitgeben können. Auch die Unterhaltung inzwischen Leitl und den angewechselten Spielern, die fielen immer sehr kurz aus. Und das war bei Materazzo zum Beispiel auch ganz anders. Also der hat sich dann intensiv nochmal mit den Spielern davor unterhalten. Natürlich werden die dann auch noch von den Co-Trainern vorher unterwiesen, was sie jetzt machen sollen und so. Das konntest du auch mal ganz gut beobachten. Was auch noch spannend war, war Sven Mislenthal zu erleben an der Seitenlinie. Also dass das ein Heißsporn ist, wissen wir ja. Regt sich gerne mal über Schiedsrichter auf. Das aber hautnah mitzuerleben, war auch nochmal spannend. Es gab, wir werden nachher darüber sprechen, eine Szene von Roberto Massimo. Der hätte eigentlich einen Elfmeter bekommen müssen. Und Sven Mislenthal ist also komplett eskaliert da an der Außenlinie. Also er ist auf den vierten Offiziellen zu, hat den zur Sau gemacht, musste dann von der Bank auch wieder zurückgeholt werden. Dann hat sich Materazzo nochmal mit dem vierten Offiziellen angelegt. Also da ging es mal kurz richtig zur Sache und es wurde dann in der Pressekonferenz mal ganz kurz thematisiert. Aber Materazzo hat sich da zurückgehalten, wollte nicht allzu viel dazu sagen. Ich saß direkt dahinter und fand es einfach phänomenal. Also ich dachte, jetzt geht es hier gleich richtig ab, weil der Mislenthal so sauer war. Kurz davor gab es ja auch das Foul an Sanko. Und da hast du halt auch schon gesehen, der Mislenthal ist total bedient gewesen. Also das konnte ich auch so ein bisschen beobachten. Wie geht Mislenthal mit dieser Nachricht um? Da kam halt eben ein Betreuer raus aus der Kabine, hat Mislenthal diese Botschaft überbracht, dass es nicht so gut aussieht und hat ihn fast schon so in den Arm genommen. Also du hast ja einfach gemerkt, dass auch der Mislenthal mal kurz extrem geschockt war. Und das alles so mitzubekommen, dafür liebe ich diese Plätze. Wenn du das Spiel sehen möchtest, dann sitzt du da komplett falsch, weil du siehst nichts. Ich wollte gerade sagen, du sitzt ja quasi schon auf Höhe der Grasnarbe, oder? Also du siehst wirklich die Trainerbänke. Das ist das, was du siehst. Und dann ab und zu mal so Teile des Tors. Ich habe noch den Vorteil, wenn ich mich hinstelle, kann ich tatsächlich das Tor in der Cannstatter Kurve erkennen. Auf der anderen Seite wird es schon schwieriger, weil da einfach nochmal die Gästebank im Weg steht, ungünstig. Aber wie gesagt, dieses Drumherum mitzuerleben, einfach genial, muss man sagen. Also ich mache das einmal im Jahr in der Regel, um das einfach so ein bisschen aufzusaugen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und jetzt beim nächsten Spiel werde ich mich definitiv wieder woanders hinsetzen, wo ich dann auch so ein bisschen was vom Spielgeschehen mitbekomme. Weil da war ich dann bei der Analyse am Sonntag ähnlich überrascht wie du. Du hast ja auch noch nichts gesehen bis zum Sonntag. Ja, also das tat dann ganz gut, dass VfB TV zumindest für meine Analyse reichte. Ja, was kann ich noch erzählen? Zu den Zuschauern vielleicht noch ganz kurz. 22.000 waren ja zugelassen. 18.109 waren letztendlich im Neckarstadion. Darunter auch 600 Auswärtsfans, was ich ganz cool fand. Und die große Frage war natürlich im Nachhinein, warum kommen nur 18.000 Menschen ins Stadion, obwohl 22.000 zugelassen waren? Und ich weiß nicht, Sebastian, ob du dir darüber Gedanken gemacht hast, ob es wirklich nur die Ticketpreise sind oder ob es mehrere Gründe gibt, warum nicht nur der VfB, sondern gerade alle Bundesliga-Mannschaften das Problem haben, die freigegebenen Kontingente nicht ganz voll zu bekommen. Ja, sicherlich eine Mischung aus allem. Weil es sind nicht nur die Ticketpreise, aber auch die Ticketpreise. Es ist nach wie vor Corona, dass manche Leute noch keine Menschenmassen unbedingt besuchen möchten. Ja, es sind in Baden-Württemberg, in Bayern sind es noch die Ferien. Also da kommt schon einiges zusammen. Aber man muss ja auch sagen, wir diskutieren jetzt nicht darüber, warum statt 55.000 nur 45.000 da waren, sondern wir diskutieren darüber, dass der VfB keine 22.000 Tickets verkaufen konnte zum Saisonauftakt in der Bundesliga, dem ersten Spiel vor Zuschauern seit über einem Jahr. Ja, und wenn man jetzt mal die Spiele gegen Freiburg und Leverkusen rauslässt. Und ich finde, da muss man sich dann schon Gedanken machen. Ich glaube, beim VfB ist man auch wirklich sehr, sehr froh, dass das jetzt so ein Fußballfest vom VfB war, von der Mannschaft war. Denn ich glaube, das erhöht die Chance, dass man gegen Freiburg dann die Tickets dann vielleicht komplett los wird. Aber stell dir mal vor, das wäre jetzt irgendwie so ein tristes 1-1 oder 0-0 geworden. Und ich glaube, dann wird man jetzt schon mit besorgten Blicken auf den nächsten Vorverkaufblicken schauen, weil dann kommt man, glaube ich, in so einen Trend rein, der wirklich nicht gut ist. Und das muss man jetzt mal abwarten, ob das jetzt eine Ausnahme war oder ob das jetzt halt wirklich so weitergeht. Ja, ich denke schon, dass es auch was mit der Entfremdung der Fans vom Profifußball zu tun hat. Also auch nicht ausschließlich. Ich gehe da absolut mit, dass es mehrere Gründe hat. Du hast die meisten gerade davon schon aufgezählt. Natürlich kommt auch noch diese andere Stimmung dazu. Ich kann aber gleich dazu sagen, wenn du bei einem 5-1 im Stadion bist, dann fällt dir das nicht so extrem auf, dass die Ultras nicht da sind. Weil einfach der spielbezogene Support, ja, der ist halt einfach genial in dem Moment. Da fallen ja alle paar Minuten Tore. Natürlich ist die Stimmung gut. Das Besondere, wenn Ultras im Stadion sind und der Support organisiert, das ist halt einfach, dass du ständig Stimmung im Stadion hast und dass es extrem laut wird. Und das funktionierte jetzt gegen Fürth nicht so gut. Also ich habe mir danach, ich habe es ja vorhin dann auch im Einspieler schon, oder nach dem Einspieler kurz erwähnt, ich habe mir danach auch nochmal die ARD-Radio-Konferenz angehört. Und da hört sich das alles viel lauter an, als es im Stadion war, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel die ARD oder wer auch immer da für diese Produktion zuständig ist, dass die praktisch den Stadionsound ein bisschen höher gedreht haben, um es ein bisschen intensiver wirken zu lassen. Weil es war schon eine gute Stimmung, versteht mich nicht falsch, aber es war nicht so extrem laut, wie es ja im TV oder wie gesagt dann im Radio rüberkam. Und ich glaube, wenn dieses Stadion jetzt mit 20.000 Menschen gefüllt gewesen wäre und die Cannstatter Kurve unten, der harte Kern wäre da gewesen, dann hätte es da ganz anders gerumpelt. Obwohl die gleiche Anzahl an Zuschauern da sind. Also du merkst halt da schon einen Unterschied. Bei dem Spiel fand ich es jetzt nicht so schlimm. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, das Spiel wäre jetzt nicht in der 30. Minute gekippt zugunsten des VfB, sondern erst in der 75. Minute. Muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht, dass das ein denkwürdiger Nachmittag gewesen wäre. Weil du hast schon so gemerkt, nach 15 Minuten hatten die meisten dann auch keinen Bock mehr, jetzt noch irgendwelche Lieder zu singen, sondern haben sich das halt angeschaut. Und es gab jetzt nicht so viele große Chancen für den VfB. Auch Fürth hat jetzt keine Riesenchancen gehabt. Also es plätscherte so lang hin. Und so war es halt dann auch auf den Tribünen. Also das war halt relativ entspannt alles. Und man hat sich das angeguckt, ähnlich wie so ein Testspiel oder so. Und hat hier und da mal ein Ohr und ein Eier gehört. Und manchmal ging es halt 1893 los und dann wurde mal wieder aufgestanden, weil man Schwaben ist und so. Also alles, was man halt so kennt, aber natürlich nicht so, wie wenn die Ultras da sind. Und da sage ich schon ganz klar, also so ein 0-0 könnte schon ziemlich zäh werden. Also das ist so oder so, aber mit den Ultras ist es nochmal anders. Also das ist halt einfach, du hast ja trotzdem Spaß, gerade wenn du dann in der Cannstatterkurve stehst und Teil des Ganzen bist. Das ist nochmal was ganz anderes. Also da hoffe ich einfach, dass sich das in Zukunft auch ändern wird. Soweit ich weiß, werden die Ultras nach dem Freiburg-Spiel sich nochmal zusammensetzen und neu beratschlagen, wie das jetzt in Zukunft hier weiterlaufen soll. Und ich hoffe einfach, dass die wieder ins Stadion kommen und die Mannschaft supporten. Ich verstehe natürlich auch, wenn man sagt, alle oder keiner, ist legitim, kann man so sehen. Dazu kommen natürlich auch so ein paar Punkte, die man definitiv adressieren muss. Zum Beispiel Auswärtskartenkontingent, das aktuell bei 5 Prozent steht. Warum auch immer, früher waren es 10. Natürlich hieß es, das wird wieder hochgesetzt auf 10 Prozent. Man kann als organisierte Fanszene da mit Sicherheit dann auch nochmal drauf bestehen, dass sowas vorher festgelegt sein muss und dann kommt man erst zurück. Ich weiß nicht, was da oder wie die Marschroute da aussieht, aber ich würde mich einfach freuen, wenn beim nächsten Heimspiel dann wieder organisierte Support im Stadion vorherrscht. Das wäre schon ziemlich cool und wäre mit Sicherheit auch nochmal ein Grund für viele ins Stadion zu kommen. Also für viele, die jetzt vielleicht sagen, nee, das gibt mir gerade nichts. Du bist ja auch so einer, der sagt, bevor die Ultras nicht da sind, bin ich auch nicht da. Ja, also ich möchte halt wieder ein Stadionerlebnis haben, das so ist wie das, was ich zum letzten Mal erlebt habe. Und das ist für mich jetzt, also ich werde mir natürlich auch mal ein Bild davon machen, weil ich kann ja für mich, ich wollte jetzt gerade sagen, für mich ist das, was da gerade abläuft, Stadion light oder Fußball light und da bin ich nicht bereit, für so viel Geld zu zahlen, also ohne jetzt die Preisdiskussion wieder aufmachen zu wollen. Aber natürlich werde ich es mir mal angucken müssen, um dann herauszufinden, ob es wirklich so light ist, wie ich mir das einbilde, dass es ist. Vielleicht gefällt es mir auch, aber grundsätzlich muss ich sagen, habe ich tatsächlich noch nicht so den richtigen Bock wieder ins Stadion zu gehen mit 20.000 Leuten. Ich habe total Lust, wenn ich jetzt wieder in Stuttgart bin, ins Dienst zu gehen, weil da ist alles so wie früher, weil da waren noch nie so viele Zuschauer. Und mir da die U21 oder die U19 mal anzugucken. Aber tatsächlich diesen großen Bock auf Snacker-Stadion unter den Parametern, die wir jetzt gerade haben, nee, verspüre ich noch nicht. War es nicht so, als du dann das Spiel am Sonntag geschaut hast, dass du so dachtest, ach Mensch, da wäre ich schon gerne im Stadion gewesen? Also, weil es halt einfach so ein besonderes Spiel war. Ja, also ich wäre gerne bei dem Spiel gewesen, halt auf meinem Dauerkartenplatz rechts neben mir halt eine Kurve halt, also die Kurve halt, aber gut, ich hatte jetzt auch als Kontrastprogramm halt irgendwie das wunderschöne Bayern. Also insofern, na klar, bei so einem Spiel willst du halt schon irgendwie im Stadion sein, aber ich hatte jetzt auch keine Träne im Auge, weil ich jetzt nicht da war. Also mir ist es erstaunlich leicht gefallen, das am Fernsehen mir anzugucken. Also für mich stand sofort fest, nach diesem Spiel, ich muss direkt wieder ins Stadion. Also einfach, weil es halt so ein besonderer Nachmittag war, muss ich dazu sagen. Also nicht wegen der Stimmung, sondern weil die Mannschaft halt so Bock gemacht hat und weil es halt auch schön war, wieder Leute zu treffen, muss ich ganz ehrlich auch sagen. Also dieser Treffpunkt Neckarstadion, der fehlte mir extrem. Und es war einfach richtig geil, im Stadion wieder die Leute zu treffen von früher. Natürlich nicht alle, es kommen natürlich auch noch lange nicht alle, aber das hat mir extrem gefehlt. Und ja, allein deshalb hat es sich für mich schon gelohnt. Und wenn dann vielleicht in ein paar Wochen noch mehr ins Stadion dürfen und auch kommen, das wäre natürlich noch cooler. Und ich vermute sowieso, man muss sich darauf einstellen, dass es jetzt nicht von heute auf morgen wieder voll sein wird, sondern das wird wahrscheinlich jetzt peu a peu angehoben, wird vielleicht auch nochmal zurückgefahren, je nach Inzidenz. Wobei in Baden-Württemberg da jetzt ja neue Regeln gelten, da müssen wir auch mal abwarten, wie sich das jetzt aufs Stadion-Erlebnis auswirkt. Also ich bin mal gespannt, wie die nächsten Wochen weiterlaufen werden. Aber für mich steht fest, es war definitiv nicht der letzte Stadionbesuch in dieser Saison für mich. Ja, und das Feedback von allen anderen war ja ähnlich wie deins. Die haben auch gesagt, es hat sich absolut gelohnt. Klar, Stadion ist nicht voll, aber mal wieder die Leute zu sehen, mal wieder das soziale Erlebnis zu haben mit anderen Fans, mal wieder so ein bisschen die Atmosphäre zumindest zu schnuppern, das war es auf jeden Fall wert. Und also ich will das jetzt auch gar nicht verdammen. Und wenn ich die Gelegenheit habe, dann werde ich mir das auch mal, glaube ich, angucken. Aber wie gesagt, dieses, da muss ich unbedingt hin, das fühle ich gerade noch nicht so richtig. Aber du hast recht, die Mannschaft macht es einem natürlich schwer, nicht ins Stadion zu gehen. Nicht nur, weil es fünf Tore schießt, sondern auch mit der Entschlossenheit und Konzentration und mit dem Willen, mit dem sie dieses Spiel bestritten hat. Und bevor wir aufs Spiel zu sprechen kommen, eins muss ich noch erwähnen, weil das fand ich irgendwie cool. Die gesamte Fügungsriege des VfB war natürlich im Stadion und alle mit VfB-Trikot. Und das sah irgendwie ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ich habe mich dann manchmal umgedreht, habe so nach oben geschaut. Wie feiert der Hitz? Wie feiert der Klaus? Wie feiern andere Präsidiumsmitglieder? Und dann siehst du die Leute sich in den Armen liegen und haben alle dieses VfB-Trikot an. Das sah einfach schön aus. Also das war einfach cool. Und hätte ich mir so auch irgendwie nicht vorstellen können unter anderen Leuten, die davor diese Position inne hatten. Das sah einfach cool aus. Also ich bin sehr glückselig, aus diesem Stadion rauszugegangen am Samstag.